In diesem Video sehen wir uns die Sortierung sowie eine Top 10 Auswertung in Pivot-Tabellen an. Wenn euch dieses Video gefällt, freue ich mich sehr, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und jetzt geht's los. Wir befinden uns nun im Microsoft Excel und haben eine leere Pivot-Tabelle vor uns. Um nun eine Sortierung auf- oder absteigend nach einem bestimmten Wertfeld zu erstellen, benötigt es folgende Einstellungen. Ich wähle in diesem Fall das Produkt und ein Wertfeld Umsatz aus. Nun erhalten wir die Produkte unsortiert nach den Verkaufszahlen. Wenn ich nun diese auf- oder absteigend nach der Größe des Umsatzes sortieren möchte, benötigt es einen Klick und anschließend die Option Weitere Sortieroptionen. Nachdem ich nun einen Klick darauf gemacht habe, erhalte ich ein neues Fenster, in dem ich beispielsweise hier absteigend nach Produkt oder in unserem Fall Summe des Umsatzes auswählen können. Wir bestätigen mit OK und erhalten nun die Auswertung nach dem Umsatz. Wenn ich nun eine Top-10-Auswertung machen möchte, benötigt es auch wiederum zwei Klicks. Um das Beispiel besser zu gestalten, wähle ich anstatt des Produkts die Monate aus. Nun erhalte ich zwölf Werte, möchte aber diese auf 10 bzw. auch Top-5 einschränken. Dazu wähle ich wieder hier den Schritt über Wertefelder und ganz unten gibt es die Auswahl Top-10. Ich kann, wie erwähnt, auch eine Top-5-Auswertung machen. Die obersten 5 nach Summe von Sales und erhalte nun die Top-5 Umsätze. Wenn ich diese nun anschließend auch noch sortieren möchte, so gebe ich noch auch die Soutier-Option absteigend Summe von Sales an und erhalte nun die gewünschte Auswertung. Wenn ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einfach einen Kommentar. Ich werde euch antworten. Tschüss und bis bald. Tschüss und bis bald.